Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Lepkong City Podcasts hier bei BigClubTV. Euer Michel ist unglaublich, aber war mal wieder für euch am Start. Ich habe mir jetzt extra die Zeit und auch die Muße genommen, wenn man so möchte, um euch einen Podcast aufzunehmen und dieser heißt bewusst Update, denn ich denke, ich bin es euch schuldig, da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wieso es denn jetzt eigentlich keinen wirklichen Content gab. Die meisten werden es sich denken können. Ich habe ja da auch schon mal ein kleines Update bei Facebook und auf YouTube und bei Instagram gepostet, habe ich noch so im Hinterkopf und es waren jetzt sehr, sehr stressige Wochen und ja, ich weiß, viele sagen dann wieder, BigCl, du musst dich bei uns nicht rechtfertigen, ist mir klar, aber ich denke, wenn ein Kanal 15.000 Abos hat, dann würde ich mir einfach blöd vorkommen, da jetzt nicht irgendwie mal quasi eine, in Anführungsstrichen, Erklärung dazulassen und dementsprechend werde ich euch da mal ein bisschen informieren, natürlich auch, wie es jetzt in Zukunft weitergeht und sich das Ganze dann darstellt. Es gab ja auch doch die Umfrage mit Match-Actions und Livestreams und so weiter. Da wird es drum gehen und natürlich auch um die Spiele unseres 1. FC Nürnberg gegen Hannover und in Kaiserslautern. Thema Weinziel und so weiter. Also ich habe da natürlich auch ein paar Dinge zu sagen, aber ja, wo fangen wir am besten an? Fangen wir doch damit an, dass ich im Moment auch noch alleine aufnehme, denn Sascha ist immer noch nicht wieder zurück. Ihm geht es gut, Jay geht es gut, nur so viel und der wird natürlich auch weiterhin großer Bestandteil bei BigClubTV bleiben. Jetzt war jetzt der Norman hier und da mal vor Ort, der wird auch wahrscheinlich öfter mal jetzt in dem Video vorkommen nach dem Umzug, denn der ist jetzt quasi über die Bühne gegangen, obwohl immer noch viel zu tun ist. Aber dazu kommen wir noch. Also wie gesagt, Sascha wird wieder mit dabei sein, es wird alles wieder in geregelte Bahnen kommen und ja, wie fangen wir jetzt am besten an nochmal? Fangen wir doch einfach mal mit dem an, wie es denn gerade bei mir so aussieht und ja, das waren jetzt ein paar ereignisreiche Tage, wie gesagt und der Umzug, das Unwort des Jahres hier bei BigClubTV, ich sag's gerne nochmal. Der Umzug ist vollzogen und es läuft immer noch ein bisschen so nebenbei mit. Also das Gröbste ist passiert, sagen wir es mal so und ja, also wer schon mal umgezogen ist, der weiß, dass das mit einem kompletten Hausstand schon ziemlich viel ist und da muss auch noch einiges getan werden, aber ich denke, das wird mich jetzt in Zukunft nicht abhalten, weiterhin oder oder wieder, sagen wir so, wieder Content für euch rauszubringen, denn ja, das hat dann schon sehr drunter gelitten, aber da hatten natürlich andere Dinge Priorität, werden sie auch teilweise immer noch haben, aber ja nochmal. Wir haben es immer wieder erwähnt und ich sag's auch immer wieder gerne aufs Neue, dass BigClubTV halt nach wie vor ein Hobby ist und wir alle noch unser reales Leben haben und da ging's zurzeit ein bisschen drunter und drüber. Wie gesagt, der Großteil des Umzugs ist passé, ich hab alles schon hier, mir fehlt beispielsweise noch eine Küche, ich weiß, interessiert nicht viele, aber ja, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass da noch hier und da viel Arbeit auf mich wartet, dann dazu war ich jetzt auch noch eine Woche krank, mich hat's dann so richtig erwischt und ja, dementsprechend konnte ich da auch nicht wirklich am Start sein, dann an dem Tag, als der Klub gegen Hannover gespielt hat, hat der Umzug stattgefunden, dementsprechend konnte ich da nur einen Teil der zweiten Halbzeit sehen und ja, das, was ich da gesehen habe, war jetzt nicht gerade prickelnd. Das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, da war übrigens der Norman, der Angesprochene war da am Start und wir haben auch ein bisschen was aufgenommen, nur das Kuriose war dann, dass Sky beziehungsweise Wow bei mir leider absolut nicht mehr funktioniert hat. Also ich konnte tatsächlich alles andere streamen, ob es jetzt YouTube war oder schieß mich tot, aber so ein Prime, was auch immer. Alles perfekt gelaufen, wunderbar, nur Wow hat überhaupt nicht funktioniert und dementsprechend haben wir die Partie immer nur, ja, phasenweise sehen können und ich habe ja dann auch mal bei Facebook nachgefragt, ob auch andere dieses Problem haben. Nein, hatten sie jetzt nicht. Ich habe dann mal bei Alle Störungen und so weiter geguckt, da war das dann doch ein bisschen präsenter. Also da muss Wow, oder mich hat es dann wahrscheinlich erwischt oder so und Wow muss da im Allgemeinen ein bisschen Probleme gehabt haben an dem Tag, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben dann die Leute auch gemeint, ich habe nicht allzu viel verpasst und ja, hatte auch gestimmt. Ich glaube, der Klub hatte einen Schuss aufs Tor, so gefühlt, aber ja, zu den Spielen kommen wir noch und ja, also es ging viel drunter und drüber. Dann hat natürlich auch, oder dann war natürlich auch die Match-Reaction, die ich aufnehmen wollte, um sie dann für euch wieder zurechtzuschneiden, passé, weil was soll ich aufnehmen, wenn wir flugend vorm TV sitzen und immer wieder nur ein paar Minuten vom Spiel sehen können, bis es dann wieder abbricht. Also dann habe ich gleich gesagt, also weißt du was, dann scheißen wir drauf, dann gibt es halt keine Match-Reaction, weil das hat ja dann so auch keinen Sinn und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, denn natürlich wird es wieder Livestreams geben, natürlich wird es auch weiterhin die Match-Reactions geben, aber ihr müsst euch jetzt, denke ich, erstmal mit den geschnittenen Match-Reactions begnügen, also dass wir es quasi aufnehmen, und ich werde es dann zusammenschneiden, wenn WOW funktioniert und werde es dann für euch zusammenschneiden und hochladen, weil momentan haut das einfach mit dem Internet noch nicht wirklich so hin hier, ist auch noch nicht umgemeldet, ich muss da auf andere Ressourcen zurückgreifen und was den PC angeht, also den habe ich einigermaßen so wieder hinbekommen, ich bekomme auch ab und zu mal noch eine Blue Screen, also momentan nochmal, es geht drunter und drüber, dann hast du dies, dann funktioniert das nicht und ja, dann kommt noch die Arbeit dazwischen und dann hast du den Salat inklusive Umzug und was nicht alles noch mit reingespielt hat und ja, also in Zukunft wird es jetzt erstmal, denke ich, bis zur Winterpause, beziehungsweise zur WM so laufen, dass die letzten Spiele dann aufgezeichnet werden, zusammengeschnitten und hochgeladen, dazwischen hier und da mal einen Podcast und ja, ich denke, so müssen wir jetzt erstmal leben und ich denke dann, dass wir spätestens im neuen Jahr wieder richtig gut durchstarten können. Und apropos durchstarten, da tut sich ja unser 1. FC Nürnberg, beziehungsweise die Offensive vor allem, noch sehr, sehr schwer. Jetzt haben wir die Spiele gehabt gegen Hannover, also zumindest was ich gesehen habe aus der zweiten Halbzeit, ja, ging halt nicht allzu viel. Nach vorne gegen Mannheim hat man dann ein Eigentor gebraucht, um eine Runde weiterzukommen, obwohl der Klub da eigentlich vor allem in der zweiten Halbzeit dann die bessere Mannschaft war und was uns Wow ermöglicht hat zu sehen in Kaiserslautern, war dann schon sehr, sehr ernüchternd, muss man sagen, muss man ganz ehrlich so konsternieren, denn also das war eine doch relativ traurige Vorstellung, zumindest was das Spiel nach vorne angeht. Hinten haben wir uns auf jeden Fall stabilisiert und das kann sich Weinzierl auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben und dafür ist er ja eigentlich auch bekannt, also dass er quasi aus einer gefestigten Defensive dann spielen lässt und das quasi erst mal die Null stehen muss und das hat er eigentlich schon gut hinbekommen, obwohl man auch sagen muss, dass mit den Chancen, die Kaiserslautern hatte, man sich auch nicht beschweren hätte können, wenn man das Spiel verloren hätte und ja vor allem bedanken muss man sich da bei Christian Martegna, der den Kasten da hinten sauber hält momentan und das richtig, richtig gut macht und da möchte ich in Zukunft bitte keinen mehr hören, der jetzt ihn als, was weiß ich, Fliegenfänger, unterdurchschnittlichen Zweitligatorwart oder sonst irgendwas bezeichnet, nur weil er eine Agenda gegen ihn hat. Also da gibt es ja einige und ja, lass den Mann einfach in Ruhe. Wir sind froh, dass wir ihn haben und gerade in der Phase hat er uns auf jeden Fall den Arsch gerettet, was Kaiserslautern anging und ja, was jetzt mit der Offensive passieren wird, keine Ahnung. Also man muss auf jeden Fall im Winter bzw. in der Winterpause, in der WM-Pause aktiv werden und Dieter Hecking hat das ja auch nicht ausgeschlossen, dass da im Mittelfeld nochmal nachgelegt werden soll, denn da fehlt es uns einfach an allen Ecken und Enden. Also ich möchte das jetzt auch gar nicht so sehr an Dua und da ferner festmachen, denn ja, da ferner, wenn er eine Chance hat, lässt er sie meistens liegen. Ich bin aber immer noch weit davon entfernt oder ja, ich möchte ihn quasi noch nicht abschreiben. Also der Junge tut mir auch ein bisschen leid. Er bekommt halt auch wenige Bälle und mit den wenigen Bällen, die er bekommt, dann macht er halt die Bude nicht. Das ist dann im Grunde, wenn wir es runterbrechen auf ein Wort, dann ist es halt einfach scheiße. Aber auch Quad Vodua, Schuranov, vollkommen egal, wen wir dann nennen wollen, Schleimer. Also unsere Stürmer hängen einfach zu sehr in der Luft und da fehlt uns einfach jemand, der die Jungs da vorne richtig bedienen kann. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, dass wenn da ferner und Dua quasi vorne spielen, hättest du ja sogar zwei, die du entweder mit Flanken füttern könntest, was da ferner angeht, mit Flanken und Freistößen und Standardsituationen oder eben auf den Passweg schicken mit Dua. Aber irgendwie bekommt es keiner so wirklich hin. Noch dazu ist Mats Möller-Dehli momentan komplett außen vor. Also der reibt sich da zwar auf, auf der linken Seite meist, so wie ich das jetzt noch im Kopf habe, aber da ist er für mich auch verschenkt, weil er einfach, also mir hat er immer am besten gefallen, wenn er hinter den Spitzen gespielt hat. Aber momentan ist er auch nicht so wirklich auf seinem Niveau. Was er ja durchaus abrufen kann, ich weiß nicht. Es macht ein bisschen einen Eindruck. Und das ist jetzt nur so das, was ich von außen sehe, wie es mir vorkommt. Er ist selber unzufrieden. Aber ich weiß auch nicht, ob da mit Weinziel irgendwas im Busch ist. Also Weinziel ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Ich glaube jetzt nicht, dass er Mats irgendwie auf dem Kieker hat oder so, weil ich glaube schon, dass er weiß, was er an ihm hat. Aber seine frühen Auswechslungen und so weiter, die sprechen halt jetzt auch nicht für Mats Möller-Dehli momentan. Und deswegen glaube ich, und nochmal Dieter Hecking hat es ja auch angekündigt, dass im Winter nochmal personalmäßig was nachgelegt werden soll. Vor allem auf der Sechser-Position. Ich finde Fabian Nürnberger beispielsweise macht es auf der linken Seite nicht verkehrt. Jamra, Valentini auf rechts. Ist auch immer noch so eine schwammige Angelegenheit. Wegkesser kommt jetzt auch eher von der Bank. Also wir haben da schon ein paar Spieler, die nicht an ihre Leistungen oder an ihr Niveau herankommen, das sie eigentlich haben. Und aus dem Mittelfeld kommt einfach viel zu wenig. Noch dazu sind unsere Standardsituationen nach wie vor unter aller Sau. Also vollkommen harmlos. Und ja, was das Spiel nach vorne im Allgemeinen angeht, also da tun wir uns sowas von schwer. Also das habe ich selten bei einer Klubmannschaft gesehen. Also dass das Spiel nach vorne sich so unkreativ und so schleppend zeigt. Also wir hatten auch mal so eine Phase mit Hecking damals noch. Allerdings waren wir da Standardkönige. Und ich glaube, da war Pelle Nilsson unser bester Torschütze mit, keine Ahnung, wie viele Tore er da in der Saison gemacht hat. Aber ja, halt zu 90 Prozent alle mit dem Kopf, alle durch Eckbälle oder Freistöße und so weiter. Also und da sind wir komplett außen vor. Also ich kann nach wie vor überhaupt nicht verstehen, dass das nicht wirklich trainiert wird anscheinend. Ich weiß es nicht. Ich bin beim Training nicht dabei. Aber was die Standards angeht, also wenn du dir eh schon verdammt schwer tust, Chancen zu kreieren, im Spiel nach vorne und so weiter und dann hier und da Eckbälle und Freistöße bekommst und da halt nichts dabei rumkommt, das ist dann schon bezeichnet. Also du hast halt auch natürlich keinen Markreiter beispielsweise mehr da hinten drin, der ab und zu mal einen reingeschweißt hat mit dem Kopf, wenn er dann nach vorne gegangen ist. Aber Leute, das kann es doch, um ehrlich zu sein, nicht sein. Also ich verstehe es beim besten Willen nicht. Und ja, unser Spiel ist halt auch dementsprechend wahnsinnig unattraktiv. Ich meine, ich glaube, niemand geht zum Klub, wie jetzt beispielsweise zu den Bayern oder zu Real Madrid oder was weiß ich, um sich da entertainen zu lassen. Ja, dass er nicht nur einen Sieg sehen will, sondern auch ein schönes Spiel. Also da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr weit weg davon. Aber dass seitdem Weinzierl jetzt am Ruder ist und das ist auch gar keine Kritik an ihm, denn er hat, nochmal, er hat die Abwehr stabilisiert. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Spiel zu Null oder das vierte schon. Und nochmal, also da hat es ja wirklich gehapert und ich glaube, unter Klaus hätten wir womöglich dieses Spiel in Kaiserslautern noch mit 2-3-0 verloren. Auf jeden Fall. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und Weinzierl hat es geschafft, die Abwehr zu stabilisieren. Aber dementsprechend, das Spiel nach vorne ist halt meistens hoch und weit. Und vorne können sie dann die Bälle nicht festmachen. Und ja, unsere Stürmer hängen einfach in der Luft. Und ich denke mal, dass jetzt der Plan ist, wenn man es vielleicht so nennen kann, dass man jetzt erstmal in die WM, in die Winterpause kommt, um dann nochmal nachzujustieren, was das Personal angeht und Weinzierl dann die Zeit nutzen möchte, denke ich mal, um das Spiel nach vorne zu verbessern. Dass man jetzt schaut, okay, man nimmt jetzt so viele Punkte mit, wie es geht. Geht in die Winterpause, in die WM-Pause und dann wird nachjustiert. Also so könnte ich es mir vorstellen. Denn ja, wenn wir ehrlich sind, so kann es nicht weitergehen. Es ist zwar schön, wenn hinten die Null steht, aber wir müssen punkten, punkten, punkten. Diese Liga ist komplett unberechenbar. Also jetzt hat Bielefeld zwar gegen die ungeliebten Nachbarn verloren, aber zuvor auch erst wieder gewonnen. Und das ist alles so verrückt momentan, dass da, aber wir wissen es ja sowieso, dass da jeder jeden schlagen kann. Außer der Klub vielleicht momentan. Aber ja, also wir spielen tatsächlich im Moment, und das ist jetzt auch nur als Momentaufnahme gedacht, im Moment spielen wir tatsächlich um den Klassenerhalt. Also ich denke nach wie vor, dass wir mit dieser Mannschaft auf jeden Fall im Mittelfeld landen können, wenn Weinzierl noch ein bisschen Möglichkeiten bekommt, auch mit der Mannschaft dann im Winter zu arbeiten und gegebenenfalls ja hier und da der eine oder andere vielleicht noch kommt. Schauen wir mal. Also ich glaube nicht, dass wir am Ende der Saison irgendwo im Abstiegskampf stecken werden, sondern dass wir uns dann irgendwo um Platz 10, 12 einpendeln. Ich hoffe es zumindest. Also nochmal, ich war ja von Weinzierl am Anfang überhaupt nicht überzeugt. Also ich habe bloß den Namen gehört und dachte mir schon, oh oh oh. Also das wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber er hat es tatsächlich geschafft, hier schon mal der Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken, sagen wir es mal so. Er hat das Ganze wieder stabilisiert und jetzt geht es dran, sich um die Offensive zu kümmern. Denn ich glaube in der Zeitung mit den vier Buchstaben Stanz, was eigentlich mit unserem 1,7 Millionen stürmlos ist. Wie gesagt, ich würde es gar nicht so sehr an den Jungs da vorne festmachen, sondern die hängen halt nochmal, die hängen in der Luft. Die bekommen nicht genug Bälle und oder zumindest Verwertbares. Und wenn sie dann mal einen bekommen, haben sie jetzt auch nicht so das Selbstvertrauen, dass sie dann jedes Ding reinschweißen. Also ja, ich weiß nicht. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Situation haltet und was ihr denkt, wie es weitergeht. Und wie es jetzt bei P-Club-TV weitergehen wird am Wochenende. Also ich werde zusehen, dass ich gegen Magdeburg im Stadion sein kann. Da spielen wir zu Hause im Max-Morlock-Stadion und falls nicht, also falls da auch wieder irgendwas sein sollte, werde ich es auf jeden Fall aufnehmen und für euch zusammenschneiden mit Match-Reaction und so weiter. Aber ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall erstmal sicher sein, P-Club-TV geht weiter, ist weiterhin am Start und wenn es wieder zu Unterbrechungen kommen sollte, was ich nicht hoffe, dann werde ich euch da natürlich drüber informieren. Und auch sobald das Internet und das alles wieder im Lot ist, sagen wir es mal so, wird es natürlich auch wieder Livestreams geben. Und ja, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ich wünsche euch was. Ich wünsche euch noch einen schönen Restfeiertag. Und wir sehen, lesen, hören uns. Und wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich. Und danke für eure Treue, Leute. Ich weiß, viele haben nachgefragt, ob alles okay ist. Ja, es ist alles okay. Ich weiß, da spielt ja auch immer ein bisschen mehr mit rein beim einen oder anderen. Aber nee, es ist alles gut. Danke an euch. Danke für die Treue. Und wir sind weiterhin für euch am Start. Leute, macht's gut. Euer Mikkel sagt tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.